Seit dem 18. Mai 2018 ist Frankenberg um eine gastronomische Attraktion reicher. Unbreakable Dinner nennt sich das Schnellrestaurant, das mit einem amerikanischen Angebot Gäste verwöhnen wird. Hausgemachte Burger mit Fleisch aus der Region und Brötchen von ortsansässigen Bäckern werden im Unbreakable Dinner verwendet. Live gegrillt, schmeckt alles besser, ist das Motto vom Geschäftsführer Alex Ries. Deswegen werden alle Gerichte vor den Augen der Kunden frisch zubereitet. Selbstverständlich sind alle Zutaten ohne Konservierungsstoffe. Mayonnaise, Chocard und andere Soßen werden in der kleinen Küche hinten frisch zubereitet. Luther Mart hat beim Unbreakable Dinner ausprobiert. Nicht nur die Freunde eines fieren Rindfleisch kommen auf ihre Posten. Unbreakable Dinner bietet auch vegetarische Burger an. Auch diese sind komplett recht zubereitet. Vor den Augen der Gäste, damit man sich von der Qualität der Schweigen überzeugen kann. Wir haben hier einen amerikanischen Diner-Effritt, das heißt Unbreakable Diner. Das ist in der Unbreakable Diner in Frank-Berneda. Und wir verarbeiten hier auch frische Produkte aus der Region. Das heißt, das Fleisch kommt regional und die Brötchen werden frisch vom Bäcker nach unserer Rezeption gebacken. Und hier wird auch alles gleich frisch zubereitet. Und es gibt später eine Speisekarte, wo man sich den Bürgerwerber zusammenstellen kann. Das heißt, es gibt ein paar Rundbörger, wie ein Barbecue-Burger, ein Classic-Burger. Und es gibt dann Add-Ons, die man sich da zentwickeln kann, praktisch, wie zum Beispiel der Doppelkäse, Ei, Avocado und so weiter und so fort. Und das machen wir gerne in unserer Strasse-Bitte. Und es ist halt wirklich ein amerikanischer Steiner, ein modernen, atemischer Stil, in so einem Industrie-Druck gehalten. Also nicht wie Rosketten, wie man so kennt, sondern es ist wirklich ein richtiges, richtiges Steiner. Okay. Ja, wir haben auch ein ausreichendes Bier, goldenen Börr. Und alle Soßen, Mayonnaise, Ketchup und so weiter, werden alle ausgemacht. Also, noch vorbei, Freude. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.